Moin Leute und ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Es ist keine Prognose, aber es ist eine kleine Vorschau auf das, was ja in den nächsten Wochen und Monaten kommen wird. Da ja FIFA 22 mit aktualisierten Kadern und so weiter erst im September, glaube ich, Ende September rauskommt, habe ich mir gedacht, damit die Prognosen einigermaßen realistisch sind, so realistisch wie sie bei FIFA halt sein können, dann passe ich mal wieder die Kader an und ich würde dann gleich mit euch einfach die Kader hier in der Taktikvorlage mal durchgehen. Ich habe jetzt die Transfers gemacht, das nur als kleiner Reminder, wie macht man das überhaupt, wenn ihr das auch machen wollt. Die meisten wissen es wahrscheinlich, aber dann geht ihr auf Anpassen im Hauptmenü, auf Teams bearbeiten und dann könnt ihr Vereinstransfers machen und dann könnt ihr von jeder Mannschaft, jeden Spieler zu jeder anderen Mannschaft hinpacken, wie ihr das wollt, wie ihr da Interesse dran habt. Und das habe ich jetzt gemacht bei Transfermarkt.de, unbezahlte Werbung, also da finde ich es am übersichtlichsten, kann man einfach schauen, wer wurde jetzt transferiert, wo spielt dieser Spieler aktuell und dann kann man die Transfers eigentlich so machen, wie sie sind. Das Problem an der Sache ist, ich habe nicht das allüberblickende Auge, ach ja, wir gucken uns heute übrigens nur die zweite Liga an, werdet ihr im Thumbnail gesehen haben, aber ich erwähne das jetzt nochmal, ja, ich habe das erste Mal für die zweite Liga gemacht, Drittliga-Prognosen werden aus zeitlichen Gründen sehr, sehr rar kommen, wenn überhaupt, aber die zweite Liga wird regelmäßig erscheinen, nicht komplett, aber ich werde mir ja für die meisten Wochenenden da interessante Spiele raussuchen, weil ich meiner Meinung nach auch, weil ich meiner Meinung nach, was ist das für ein Satz, weil ich für mich persönlich einfach sehe, dass die zweite Liga in weiten Teilen interessanter ist als die erste, aber es wird auch erste Liga-Prognosen geben, aber nicht mehr in vollem Umfang. So, dann schauen wir uns mal die ersten beiden Mannschaften an, es sind zwei aus der Bundesliga abgestiegen, das ist einmal Werder Bremen und da schauen wir uns dann einfach mal den Kader an. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, seid bitte so nett und wenn ihr hier Sachen seht, die nicht passen, Spieler, die nicht mehr im Kader sind, bei eurem Lieblingsverein habt ihr hundertmal besser die Übersicht als ich. Ich habe das jetzt für alle 18 Teams gemacht und da fehlt mir einfach das, ja, eben dieses angesprochene Auge. Es gibt sicherlich Spieler, die hier nicht mehr im Kader sind, die ich aber übersehen habe, dann sagt mir das bitte Bescheid und wenn die Startaufstellungen unrealistisch sind, dann schreibt auch gerne die Startaufstellung von eurem Lieblingsklub, wie ihr sie erwartet mit den aktuellen Transfers, in die Kommentare. Anhand dessen würde ich mich dann nämlich noch orientieren. Ja, aber so sieht das jetzt erstmal aus. Das ist jetzt Werder Bremen mal beispielhaft rausgearbeitet, so haben sie jetzt in den letzten Testspielen gegen Rotterdam in weiten Teilen gespielt, ist auch der ein oder andere Neuzugang dabei, Mai hier beispielsweise, ob jetzt Toppack bleibt, wer weiß, Capino nach Leihe, wieder zurück vom SV Sandhausen. Und ansonsten hier die Bank, ja, so besetzt. So würde ich jetzt erstmal, so sehe ich sie jetzt erstmal bei Augustinz und Pavlenka, weiß ich nicht, da stand bei Transfermarkt eben noch nicht, dass sie weggewechselt sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden bleiben oder man kann davon ausgehen. Und wenn sie sogar schon weg sind, dann schreibt das bitte in die Kommentare und bedenkt auch, was das hier für ein Datum ist. Ich nehme das jetzt am Sonntagmorgen auf, das heißt, es kann am Montagnachmittag schon wieder alles ganz anders aussehen. Ja, das ist der Kader, das ist erst vor Werder Bremen. Überhaupt bin ich mal gespannt, wie sich die Bremer schlagen werden. Wird auf jeden Fall interessant, diese zweite Liga. Dann schauen wir uns noch den FC Schalke 04 an. Und ja, da hat sich einiges getan in der Aufstellung, war ja auch klar. Trodde, Bülter, Latza, Pahlsorn, Wutas, also es ist Wutas oder Wautas. Schreibt auch das gerne in die Kommentare, es ist fast eine neue Startaufstellung. Tchau und Flick sind alteingesessen, kann man schon fast sagen, und Fehrmann noch dabei. Ansonsten eigentlich nur Neuzugänge. Ob das so sein wird, nicht unwahrscheinlich, aber auch da schreibt gerne in die Kommentare, wenn es anders ist. Ansonsten langer als der Satzkeeper Cialanoglu, Aydin Pieringer, neu dazugekommen von Würzburg, beziehungsweise von Freiburg. Auch ein sehr interessanter Kader. Das hier, ja, auf der Tribüne sozusagen. Kabak ist, glaube ich, offiziell noch bei Schalke, aber wurde ja auch freigestellt. Das heißt, der wird sicherlich noch verkauft und bei anderen Spielern ist das auch so. Aber damit ihr auch hier seht, so sieht der Kader aktuell von Schalke aus. Und, ja, der ein oder andere Spieler wird sicherlich noch den Verein verlassen. Dann haben wir die beiden Absteiger schon abgehandelt und dann gehen wir jetzt einfach mal... Na, wir gucken uns erstmal die Aufsteiger an, damit ich gleich nicht immer die Liga mehr wechseln muss. Die Aufsteiger, das sind zum einen Dynamo Dresden, wieder zurück nach einem Jahr in der dritten Liga. Ja, Schröter über die rechte Außenbahn ist beispielsweise neu. Sol, Bauer, Aydonis sind auch, glaube ich, beide neu dazugekommen. Ansonsten viele davon kennt man noch aus der Drittligasaison, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat. Borello ist neu. Okay, Mitriuszkin, sorry, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, auch neu mit dabei. Und ansonsten auch hier sagt, wenn irgendwer davon nicht mehr im Kader ist oder es noch Leute fehlen, es gibt natürlich auch Spieler, die kommen aus der vierten Liga oder aus irgendwelchen internationalen Ligen, die es bei FIFA nicht gibt. Die habe ich jetzt auch nicht erstellt, aber in der zweiten Liga sind eigentlich die meisten Kader relativ vollständig. Ja, Dynamo Dresden als einer der Aufsteiger. Dann haben wir noch Hansa Rostock mit dabei, auch wenn da irgendwas an der Formation nicht stimmt. Ob das jetzt ein 4-2-3-1 so eng ist oder ob die Außen ein bisschen weiter über die Flügel kommen. Auch da, gebt mir Hinweise, gebt mir Tipps, aber ansonsten gehen wir jetzt erstmal weiter die Kader durch. Und ansonsten ist es auf jeden Fall das Trendwort in diesem Video, das kann ich jetzt schon sagen. Verhoek in der Spitze, Rich Munzi beispielsweise ist ein neuer. Verhoek hat ja letztes und vorletztes Jahr, glaube ich, sogar auch schon gespielt, ist mittlerweile doch wieder ganz gut in Fahrt gekommen. Hanno Behrens von Nürnberg neu dazu rein. Ah ne, der war, glaube ich, schon bei Rostock, aber auch ursprünglich immer bei Nürnberg gewesen. So sieht das hier aus. Die Viererkette, die kennt man so in der Form schon ziemlich aus der dritten Liga. Kolke im Tor. Ja, viele neue Gesichter. Rizzotto jetzt jüngstens von Aue gekommen, wobei er bei Aue, glaube ich, keinen Vertrag mehr hatte, deswegen jetzt als freier Spieler gekommen ist. Und das die Reserve-Spieler. Gut, und dann kompletieren wir noch die Aufsteiger mit Ingolstadt, bin ich eben einfach drüber hinweggegangen. Haben sich ja in der Relegation gegen Osnabrück durchgesetzt und das ist jetzt die Aufstellung auch interessant. Aber bei Ingolstadt tatsächlich hat sich nicht so viel getan. Wenn ich das so überblicke, Kutschke, Eckart, Ayenzer sind aber auch definitiv Spieler von Zweitliga-Format in der Spitze. Durchaus eine interessante Mannschaft, interessantes Team. Aber tatsächlich, wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue, ist da nicht viel passiert. Wolfram könnte neu sein von Zwickau. Ich will aber auch meine Hand dafür nicht ins Vorher legen, der kann auch schon ein bisschen länger da sein. Und Ben Baller von Braunschweig ist auf jeden Fall neu. Max von Mannheim dürfte auch neu sein. Ja, das ist die Aufstellung bei Ingolstadt. Und damit haben wir auch die drei Aufsteiger abgehandelt, sage ich jetzt mal. Ich rushe jetzt wirklich durch. Drücke gerne auf Pause, wenn ihr euch für manche Kader mehr interessiert. Aber ich möchte das jetzt nicht so ultraausführlich machen, weil mir dazu zu den meisten Kader noch ein bisschen die Information fehlen. Ja, wen haben wir dann hier? Den 1. FC Heidenheim. Kleindienst von Genk jetzt wohl wieder festverpflichtet. Der gehört auch einfach nach Heidenheim, muss man sagen. Sie ist Leben von Wolfsburg neu dazugekommen. Interessant. Schimmer hat jetzt in der Zentrale gespielt. Ich bin mal gespannt, ob das auch so bleibt. Offensichtliches Mittelfeld kann ich mir vorstellen. Auf der 8, da sehe ich jetzt Schimmer eher nicht. Ihr seht, das ist eigentlich auch Stürmer. Aber ich will jetzt nicht ins Philosophieren kommen. Kann er sicherlich auch spielen. Des Weiteren die Auswechselbank so besetzt. Die Reservespieler sehen so aus. Auch relativ unverändert geblieben. Was natürlich auffällt, ist, dass Max Schnatterer fehlt. Nicht mehr dabei. Er hat seine Karriere beendet. Wahrscheinlich schon. Also bei Heidenheim wird er jedenfalls nicht mehr auflaufen. Da ist der Vertrag einfach zu Ende gegangen. Dann der 1. FC Nürnberg. Hofft dieses Jahr sicherlich eine ein bisschen entspanntere Saison zu spielen. In Sauge fällt hier vor allem Hübner. Neu gekommen von Union Berlin. Mats Möller-Dehli. Meine ich jetzt auch fest verpflichtet. Fischer ist ein neuer Mann von Türkgücü München. Ich sollte nicht so viel Halbwissen hier reinballern. Wahrscheinlich stimmt das meiste sogar. Aber wenn es falsch ist, dann ist es sehr peinlich. Und ohne Wirt durch hört er auf jeden Fall nicht auf mich. Aber die Kader sind einigermaßen aktuell. Aktuell Schindler. Ja, kehrt zurück in die zweite Bundesliga. Früher mal bei 1860 gewesen. Dann nach England gewechselt. Jetzt ist er wieder da. Ja, ansonsten hier auf der Reservebank. Nürnberg ein paar Spieler, die... Also ein paar Jugendspieler, die letzte Saison zum Ende hin immer mal wieder ihre Chance bekommen haben. Latteier, Rosenlöcher. Die sind durchaus spannend, muss man sagen. Mal gucken, ob aus denen ein bisschen was rauszukitzeln ist. Und Klaus, glaube ich, als zweiter Keeper ist neu dabei. Aber Martenia dürfte vermutlich die Nummer 1 bleiben. Ja, Braunschweig ist abgestiegen. Deswegen nehme ich die hier nicht mehr mit rein. Düsseldorf ist aber noch mit dabei. Will sicherlich wieder oben mitspielen. Hennings in der Spitze. Kommt langsam auch in die Jahre. Ihr müsst sehen, das ist FIFA 21. Möglicherweise ist Hennings mittlerweile sogar... Äh, FIFA 21. Möglicherweise ist Hennings mittlerweile sogar 34. Aber gut. Und es gibt keine... Ähm... Es gibt... Nicht zu alte Spieler, sondern nur zu schlechte. Und Hennings, wenn er gut ist, dann wird er auch mit 40 aufgestellt. Ist auf jeden Fall ein guter Stürmer. Da kann man ja nichts sagen. Und einen Huf hat er sowieso immer. Ja, hier bei Düsseldorf. Relativ bekannt auch. Nedelcu... Nedelcu... Sagt mir gerne Bescheid, wie er richtig genannt wird. Ist mit dabei. Oder neu mit dabei. Khaled Naray von... Vom HSV gekommen. Auch jedenfalls interessant. Dann Schipnoski von Saarbrücken. Breit aufgestellt, ganz gut aufgestellt. Sehe ich jetzt diese Saison auch nicht als Top-Favorit auf den Aufstieg. Aber interessant sind sie auf jeden Fall. Die Düsseldorfer. Herzgebirge Aue. Ja, auch das wird sehr spannend. Tut sich ja immer extrem schwer. Oder immer mal wieder extrem schwer. Der hat zuletzt, ja, ganz schlimme Spiele gehabt. Das gegen Paderborn bleibt einem natürlich im Kopf irgendwie 3 zu 8 oder so. Auf jeden Fall Wild. Kühn ist neu dabei. Barilla ist neu dabei. Carlson dürfte auch neu dabei sein. Hier haben wir die Bank. Die ist sehr bekannt besetzt. Da kennt man eigentlich die meisten. Und ansonsten bei Hochscheid. Der hat, glaube ich, das letzte Testspiel nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob er noch bei Aue ist. Ich habe ihn jetzt nicht unter Abgänge gesehen. Vielleicht ist er wieder verletzt oder angeschlagen. Könnte auf jeden Fall sein. Ja, das ist der Kader vom FC Herzgebirge Aue. Das Wichtigste ist, dass Mendel im Tor steht. Reuter Fürth aufgestiegen. Damit auch nicht mehr relevant. Der HSV. So, Glatzl neu dabei. Winsheimer hat jetzt gegen Basel im Test getroffen. Gestern Ludovic Reis von Barcelona-Osnabrück gekommen. Irgendwie mit einer Kaufsumme von 100 Millionen. Zumindest war das letztes Jahr bei Osnabrück noch so. Meffert von Kiel. Schonlau von Paderborn. Eigentlich wieder vielversprechend. Und nicht irgendwie mit einem overpowereden Spieler besetzt, muss man sagen. Das ist einfach eine gute Zweitligamannschaft. Und wenn vieles zusammenpasst, werden sie auch aufsteigen können. Ist natürlich das große Ziel. Aber ich finde sie schon sehr, sehr interessant besetzt, muss ich sagen. Auch einige Neuzugänge. Hier Kaufmann, Muhheim. Oppermann, weiß nicht, ob er jetzt der zweite Keeper bleibt. Kommt auf jeden Fall, soweit ich weiß, aus der Jugend. Und hier Bates ist zurückgekehrt. Ob der bleiben wird, das ist, glaube ich, noch fraglich. Aber unter dem Strich auch eine sehr interessant besetzte Mannschaft. Und vielversprechend eigentlich. Hannover 96. So, auch da hat sich einiges getan. Keak ist gekommen. Ernst ist neu dabei. Ich gehe jetzt nicht alle durch, aber Zielers zurück. Nur noch eine 73-Bewertung, wenn man bedenkt, was der teilweise mal hatte. Aber gut, auf die Bewertung kommt es nicht an. Wenn er sich jetzt wieder beweisen kann, dann ist das ja vielleicht auch nicht schlecht. Stolze von Regensburg. Finde ich einen sehr guten Spieler. Kann, glaube ich, in so einer Mannschaft auch durchaus aufgehen, runtergehen. Aber eigentlich finde ich Stolze schon individuell sehr stark. Mal schauen. Und die Reservebank. Ich weiß nicht, wer davon noch da verkauft, ausgeliehen und so weiter ist. Das ist der Stand, den ich jetzt habe. Bei Bastas. Unter anderem, ich weiß es nicht. Hat halt auch nicht so eine große Rolle gespielt. Oder ist der neu? Ach, ich weiß es nicht. Sagt mir auch das gerne Bescheid. Das soll hier auch nicht dann irgendwie respektlos oder so klingen. Aber bei manchen Mannschaften fehlt mir einfach so ein bisschen der Überblick. Das konnte ich dann nicht 100% ordnen. So, Holstein Kiel. Arp springt einem ins Auge. Skripski springt einem ins Auge. Eras. Sander. Nee, Sander war schon da. Ja, Sander war, glaube ich, schon das Jahr da. Auch interessant. Eras. Ja, bei Bremen. Nicht glücklich geworden. Ich glaube, Holstein Kiel ist so eine Mannschaft. Da kann er sich wohlfühlen. Ebenso wie Arp. Skripski von Schalke. Definitiv sehr interessant. Auch ein paar namenhafte Abgänge. Wir haben es schon gesehen mit Meffert beispielsweise. Jani Serra ist auch weg. Trotzdem stark aufgestellt. Holstein Kiel. Einfach eine sehr interessante Mannschaft. Nicht Aufstiegsfavorit, aber der Fußball, der geboten wird, ist einfach gut. Und dadurch haben sie irgendwie immer so eine leichte, ja, Underdog-Geheimfavoritenrolle. Wobei, jetzt haben sie schon zum zweiten Mal Relegation gespielt. So, Geheimfavorit ist es nicht mehr. Aber trotzdem, da wird ja jedes Jahr viel durchgemischt. Bisschen gefühlt das Freiburg der zweiten Liga. Und dass sie dann immer viel draus machen. So, Regensburg ist noch mit dabei. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan, was die Kader-Auslese anging. Weil ich zu den Spielern, die hier sind, nicht mehr viel gesehen oder gehört habe. Yildirim beispielsweise ist ein Neuzugang. Hat jetzt aber bislang noch nicht mitgespielt bei den Freundschaftsspielen. Auch vielleicht noch angeschlagen. Ich würde Stand jetzt dieser Aufstellung wählen. Maier und Kunz auf jeden Fall. Die beiden Keeper. Aber Maier ist ein schon starker Torhüter. Wundert mich, wenn er bei Regensburg bleibt. Nicht, weil Regensburg schlecht ist, sondern weil Maier tatsächlich ein echt guter Keeper ist. Und ja, ansonsten Guvara neu. Sing neu. Auch durchaus eine interessant besetzte Mannschaft. Karlsruhe, ja, darf man auch nicht vergessen. Hofmann hat sich, glaube ich, noch nicht bekannt zum Verein. Wird vielleicht auch noch wechseln. Vielleicht aber auch nicht. Kaufmann von Braunschweig gekommen. Karlsruhe hat durchaus positiv überrascht letzte Saison. Aber Christian Eichner ist auch ein guter Trainer. Schleusener wieder mit dabei. Purié von Kaiserslautern. Ich glaube nicht, dass Purié bei Karlsruhe eine Zukunft hat, wenn das überhaupt im Raum stand. Aber auch ein interessanter Verein, der sich eigentlich wieder gut halten kann. Und dann Cueto über links auch neu mit dabei. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Paderborn jetzt Jahr 1 nach Baumgart, wenn man so rechnen möchte. Viele neue interessante Spieler mit dabei. Platte, Schuster. Zwei sehr, ja, interessante Spieler. Platte, gut. Hat nie so sein Glück in der Sturmspitze eigentlich gefunden, was Tore anschießen geht. Äh, was Tore schießen angeht. Oh Mann. Ja, Pfannewerf neu. Karlsruhe von Schalke. Ich würde es nicht zu jeder Mannschaft immer direkt sagen. Boah, spannend, interessant. Aber das sind durchaus Spieler, die man schon mal auf dem Schirm haben kann. Und es kristallisieren sich vor allem bei Paderborn eigentlich immer wieder Spieler raus, die man nie so auf dem Zettel hatte. Aber dann doch eigentlich ganz gut abgehen werden. Dann St. Pauli. Mal schauen, ob das am Ende genau die Aufstellung sein wird. Medic beispielsweise ist neu dazugekommen durch den Abgang von Stojanovic. Jetzt Marsch im Torwart. Aber Vasi ist auch noch dabei. Den gibt es jetzt leider nicht bei FIFA. Naja, auch da wird man es sehen. Ritzka neu zu gang. Amenido neu zu gang. Irvine neu zu gang. Park, Betnazic. Beide nach Laie wieder zurückgekehrt. Auch da weiß man nicht, wer wird davon nächstes Jahr wirklich richtig, im Kader stehen. Ein paar werden sicherlich auch noch abgegeben. Das ist ein ziemlich großer Kader, wenn man sich das anschaut. Und St. Pauli hat eigentlich meistens entweder noch welche kurz vor Schluss verkauft oder verliehen. Vor allem in die dritte Liga eigentlich immer ein ganz gutes Konzept. Schauen wir uns Darmstadt an. Da fällt mir Goll ans Auge. Tietz fällt mir ins Auge. Jetzt hat vor allem Darmstadt auch erstmal Lasse Sobig. Ja, den kennt man noch. Und vor allem beide Pfeifers, die ich immer so auf dem Schirm hatte. Einmal in der Endverteidigung wollen wir den anderen Pfeifer da in der Sturmspitze. Ja, ich habe das jetzt hier nochmal getauscht, weil ich mir nicht sicher bin. Camper habe ich jetzt bei den Testspielen nicht gesehen. Kann auch sein, dass der angeschlagen ist. Aber ist er noch dabei? Ist Melem noch dabei? Gerne Tipps in die Kommentare. Aber Karic ist, glaube ich, ein neuer Mann. Auch interessant. Wird spannend zu sehen sein, wie die sich so entwickeln. Vorne Berge und der Spitze finde ich eigentlich gut. Klar, jetzt ist vor allem natürlich Serdar Dorson weg. Das tut weh. Schauen wir mal, was sich daraus so entwickelt. Dann haben wir noch Sandhausen. Fast abgestiegen letztes Jahr. Aber jetzt auch wieder interessant verstärkt mit Testrot, mit Zuko, mit Gaudino. Also sorry, das sind wieder sehr, sehr gute Transfers, finde ich. Vor allem Testrot in der Spitze. Nicht schlecht. Sicker, neu dazugekommen. Aedini, also hier ist auch ultra viel über den Haufen geworfen worden. Höhn, war er letztes Jahr schon da oder kommt jetzt direkt von Darmstadt? Die AKT kommt auf jeden Fall von Braunschweig. Dreves im Tor. Gut, einfach gut. Okoroji dürfte auch neu sein. Und hier auf der Reservebank. Diekmeier noch unter anderem. Weiß ich nicht, ob er bleibt, verletzt ist, angeschlagen. Hat, glaube ich, das letzte Testspiel auch nicht mitgemacht. Ich habe mich halt vor allem an den letzten Testspielen orientiert, was hier die Aufstellung angeht. Da kann dann manches auch unaktuell sein. Bochum ist aufgestiegen, müssen wir nicht anschauen. Osnabrück ist abgestiegen, müssen wir nicht anschauen. Würzburg ist abgestiegen, müssen wir nicht anschauen. Und dann war es das tatsächlich mit den Kadern. Einigermaßen kurz und kompakt. Das ist auch gleichzeitig die Zweitliga-Vorschau gewesen. Naja, nicht so richtig, aber es wird auf jeden Fall die eine oder andere Prognose geben. Auch zum ersten Spieltag. Nicht alles. Das möchte ich nicht versprechen. Das ist zu zeitaufwendig. Aber jetzt habt ihr erstmal einen Überblick über die Kader. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir blicken nochmal zuallerletzt auf den FC Schalke 04. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ein schönes Wochenende, wenn ich das Sonntag hochlade. Naja, macht euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Und ansonsten einfach alles Gute. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bisschen Ablenkung und dann gibt es ab Freitag wieder zweite Bundesliga. Gott sei Dank. Bis dann. Haut rein und adios.